Salihalöchen und herzlich willkommen bei TTT, mit dabei der Balooie, der Dalukatte, Items for Secret, Julie Burst, den kaputten Wurm, Kuntan, Maru, Maxi, Wegblei und Paying. Kaputten Wurm. Und wir müssen alle dem Balooie Danke sagen, weil er schon über die Zeit zu Bett geht. Der kaputte Wurm. Ja, das dauert ein bisschen, nur der ist eine Hauptwaffe aufgemüßt. Du musst dein Totem setzen, dann gibt's sowieso. So kennt man mich. Ach, aber ich will den schon wieder blinken, blicke ich bei mir nicht. Es ist der schöne Items. Okay, das ist ein Zeichen dafür, dass sie in einem Team sind. Ja, wir sind hier auf lang. Da willst du mir jetzt auch schon an die Leute herkommen. Es ist der liebe Maru. Hast du ihn geworfen? Ey, ich hab nix geworfen. Oh, 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 oh. Ich werfe Molo auf lang. Ja, okay. Disco in die Pit, Disco in die Pit. Es gibt keine Disco. Noch Molo auf lang. Noch Molo auf lang. Ich brenne die ganze Welt. Hallo, du kannst nur einen kaufen, die Runde. Smoke auf lang. Noch ne Smoke auf lang. Noch ne Smoke auf lang. Aua, wo kommt denn das Feuer? Wie weit das Feuer geflogen ist? Moli auf lang. Moli auf kurz. Sniper in Goose. Noch ein Moli auf kurz. Und auch da. Was ist passiert? Die Klötzer sind da drauf. Die Schuss. Bomb auf Dach. Nee, das sind Bomben. Die ticken irgendwann und gehen dann hoch. Das Kompliment. Warum sterbe ich? Ich hab 29 Schaden bekommen. Mann, Juli. Juli, wen hast du getötet? Nicht. Das ist ein Kompliment hab ich dir gemacht. Ja, hier brennt ich alles. Warum brennt hier alles? Was habt ihr gemacht? Wieso bin ich echt Traitor? Wieso gab es keinen Tester davor? Fragen über Fragen. Nein, ein Traitor-Tester hat grad behauptet, ich werde Traitor. Aber es ist grad kein D, der den Traitor-Tester benutzt. Alle D, wie ihr es sagen könnt, sind tot. Wurz ist tot? Moli schießt auf mich. Confirm ihn. Ja, okay. Kassier doch endlich, du. Ah, ist wieder aufgestanden, Vorsicht. Ja, ich weiß, hilf mir. Ich hab versucht, er hat eine AP gehackt. Nein, sag mir bitte. Nee, der Wendetta war Moli. Der Jude-Bandoui bei der Welt. Da ist schon gut. Da muss das ja sein. Ich bin allein. Hab dir ne Bombe gelegt? Bin ich Leben dabei. Geh ich noch mal blinken? Ja, ich mach mal blinken. Hier. Oder an der Oben vorhin. D, 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 D... D, 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 D... und ein Quatsch. warte mal ja wir sind die letzten maru ok dann kämpfen du warst gerade in dem einen haus und man ja da kommt man nicht runter davon nicht springen der fuchs gegen mein gesicht es tut mir sehr leid hier hat sie noch im headshot die blöde bombe warum ist der mal explodiert weil es ein trader aktiviert hat was habe ich denn für ein kompliment gemacht dadurch habe ich nicht mitbekommen auf dem dach ist eine bombe oha oha das ist aber echt low man das ist aber echt low das ist aber so low da gebe ich recht oh gott du sagst ja die disco hat mir schaden gemacht ah feuer nein feurio nein feuer hallo lauli du musst weiterreden wenn du schon alter feuer sagt dann musst du auch alter feuer magier sagen alter feuer magier du bist ein alter feuer magier hi weil ich ins feuer gespuckt wurde weil die mein disco geschmissen hat eine feuergranate und das feuer und das disco hat sich dann das weiß ich nicht weil sie fiese menschen sind alter was ist hier eigentlich so ein smoke was ist hier los wer raucht hier meine schulterjugend ich kann mich nicht kratzen kratzen ja keine fehler in der das ist einfach eine twitter haben drauf als zu meckern kommst du nirgends wo drauf da du kannst nur auf dem balkon sind bei aber auch nur mal vorne du kannst nur von hier da hoch du kannst nur von hier da hoch einer ist auf kurz gestorben 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 und der ist bei einem sniper hit eine schuss ne 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 da du hier kannst du hoch springen aber es war maru da oben ja ich hab das shot kann ja bei luke noch eine chance von links es war nicht malui klingt nach pain und kundran pain kundran warte kapuze ja warte 1 2 3 4 5 oder 6 das gibt's doch nicht sag doch ne scheiß ne moment wo ist er mal rufe ja stimmt das kann es doch nicht sein dass du das überlebst ich wollte grads wieder überleben kapuze ich hab mir das shotgun aufgrund geschossen und er hat ihn immer voll durchleben hat er auch nicht mehr hat mir irgendwer der silenced pistil zugebracht ja aber ich war voll ich hab keine ahnung wo du dir hast hab ich die her das war wirklich du hast irgendwie ne ich hab mehr zurückgelabert ich glaub auf der Fall gibt's einfach silenced pistil ne ne wahrscheinlich schon ne 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 kurzen schatten du bist glaube er hat das im ofen vergessen ja mach mal ich war mir nicht mehr sicher ob du mich immer noch zum sidekick machen wollten das war die falsche sag ich ja das hätte ich als nicht mehr stoppen wenn da du stopp sagt ja auch nicht doch so lange auf mich ich hab gezögert es ist und wirklich einfach eine silenz pistol irgendwo am ct spawnt er hat mich auf die normale diegel geswitcht als dann gestorben ist wie du bist das da gewesen das hat sehr weh jetzt habe ich das falsche genommen ich wollte nehmen jetzt versuche ich ja auch für chaos mal gucken wie lange das Oh oh oh, NEIN GEBÄNK! Das reicht nicht! Das tut's nicht. Pay the Second Chance! Was war das McFly? Pay the Second Chance! Ich bin unknown! Ich bin unknown! Alter, ihr droppt eine mehrere... Alter, mittlerweile kannst du Second Chance wirklich haben und keiner kauft sie haben, Alter. Okay! Nein! Da ist er doch! Ja, natürlich, weil er die ganze Zeit Boombuddies droppt! Achso, ja gut dann. Dann verteilen die doch mal auf der Map. Also das hier ist noch eine echte Leiche. Ich hab Baloui getötet. Seid ihr die drei Bösen? Nein, ich bin der Gute! Oh lol, das hier ist Balouis Leiche, ne? Wer ist das? Geh weg! Ja, das bin ich! Ich hab Dalu als Freund markiert. Ja, ja. Das war ein Boombuddy. Was bringt dir das? Ich weiß, dass ich nicht auf wen ich schießen muss. Ja, das kannst du ja merken auch, oder? Nee, kannst du vergessen, ey. Wenn du auch als Freund machen, dann schaust das, wenn du mit der Maus drüber bist, dann geht der Friend. Das ist Baloui! Das ist wirklich Baloui! Nee, jetzt bin ich innocent. Ja, das ist ja nicht mehr witzig. Achso. Ah, das hätte ich gern. Ich weiß ja nicht, ob man sich auf die Spots bewegen darf. Warum gibt's eigentlich so viele Nates? Schau mal nach. Das ist immer noch Baloui. Leute, habt ihr ne Disco für mich bitte? Hier liegen überall Discos rum. Hat der Baloui? Ich bin aber eingesperrt. Das ist Baloui ST. Bist du, Julie? Bei der B-Tür? Ja, in das Löffel. Ja. Nein, 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 nein. Kennst du die Spots nicht? Call mal, wer's? Äh, hier bin ich. Ich spreng. Niemand hat mich nicht gesehen. Sag doch die B-Tür. Äh, B-Tür. Items. Mach keine Dummheiten. Du musst mich nicht anvisieren. Du bist keine Ecke. Du musst mich nicht anvisieren. Wenn er fehlt. Ich versier dich nicht. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Was für... Du bist in Katas. Ich bin B-Tür. Wo bist du? Du bist in Katas. Okay. Da liegt Baloui. Schau ins paar Discos hier rein, bitte. Da ist Baloui. Da ist es. Ja, darf ich da grad hin? Hallo. Julie, ich hol dich da. Das ist A. Das ist A. Das ist A. Nein, das geht doch nicht wo ich hier bin. Du bist short. Ach, ich weiß wo du bist. Short in den Türen, ja. Ich weiß. Warte, ich komme. Kurz Chaos. Ich helf dir, Julie. Oh, 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 oh. Das ist echt Bromanced. Bist du in den Türen? Nein, ich bin in den Türen. Achter. Julie? Warte. Was passiert eigentlich mit der Fake-Leiche? Hast du's bekommen? Ach nee, das kann man nicht trocken, oder? Fuck. Du hast nichts im Momental jetzt, oder? Nee. Nee. Wollte die Items kaputt. Ich dachte, man kann das vielleicht drocken. Ich muss hier eine Leiche gelaufen. Kapuze, hallo. Aber wir können ein paar gute Discos hier rein. Ja, ich gucke, ob ich welche finde. Keiner von uns ist böse, glaube ich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Palu droppt doch die ganze Zeit irgendwelche Leichen oder nicht. Ich glaube, es ist da auch. Ja, aber das ist von Blauli noch. Das sind Badruis Fake-Leichen, die auf der Map sind. Wie viele hat er denn gekauft? Drei. Also mindestens, ja. Es sind zwei. Nein. Nein. Also ich bin's. Ja, aber ich bin Inno. Also bist du der Echte? Ja, ich bin... Alter. Bist du der Echte Inno oder bist du der Echte? Du der Echte? Alter. Keine Discos oder so? Ich finde kein... Da ist eine. Der Allerechte. Allerechte. Ich werfe die da jetzt rein, Juli. Du willst doch der Allerbeste sein. Ja. Du musst dann springen. Ja. Ähm. Ähm. Da ist von Maxi da oben raus. Volk, du musst ein Stück nach vorne gehen. Ja. Du sitzt auf dem Klo. Das geht nicht. Hör raus jetzt. Ah, fast. Okay, schade, weil ich... Ah, es brennt. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich dir hier raushelfen kann. Nein, ich versuch's dir da gerade rauszuholen. Burn the ball. Das ist eine Smog. Hoffentlich brennt die nix. Vielleicht... Vielleicht habt ihr eine Kiste oder so. Das darfst du hier nicht reinschieben. Das darfst du nicht. Juli, du bist die Letzte, ne? Ich brenne dich ins Nieder. Nein, ich bin jetzt die Letzte. Wie, du bist die Letzte? Nein, ich bin nicht. Wie kann sie die Letzte sein? Wen hat du mal die jetzt hier getötet? Awww. Du hast Kapuze verbrannt. Mörder. Was hast du für'n Kopf? Kun dran, ich meine... Du schießt an mir vorbei! Nein, nein, nein. Ich werde ihn nie wieder rauskommen. Ich muss das Schicksal akzeptieren. Ich komme. Warte, nächste Disco kommt. Nächste Disco kommt bestimmt. Ja, liegt hinter dir. Nein. Guck mal, sie steckt in B langfest. A. A lang? Okay. Achso, das hier war übrigens Items. Wenn die bitte zu meinem Grab kommen. Das wäre noch die Letzte Ehre, so. Hast du jetzt Items? Achso, Items wurde getötet. Ja, Items habe ich gekillt. Und da liegt auch noch einer auf lang. Da liegt glaube ich noch da. Hier hinter ist sie. Ja, genau. Kommt, kommt und begrabt mich bitte. Das war Dalu. Ist es Items? Ich habe keine Ahnung, ob Payne redet echt die gesamte Runde nicht. Oder ist es Julie? Julie, bist du die Letzte? Ja. Tut mir leid. War doch klar, dass Julie es ist, weil es mich erschossen hat, als sie kämen wollte. Stimmt. Wobei, ich habe wirklich eine halbe, seit Baloui tot war, ist nichts mehr passiert. Er hat Julie sich verstecken wollen, um ihr Schaf liegen zu lassen und dann... Dann kommt Karma. Karma. Er erinnert einfach an die Fake-Leiche Confirments weggefällt. Ach, das hier wurde als Anon nicht wiederbelebt? Oh. Genau. Ey, er war doch schon Anon. Ey, er war Anon, aber er hat ja keine Rolle gar. Achso. Er hat ihn zum ersten Mal getötet. Ich? So, ho, ho, ho. Also, er ist in meiner Branche stehen geblieben und hat gedacht, das Heim klappt schon. Ja. Hans aber nicht. So, Julie, wir machen jetzt ein Spiel. Komm her. Julie, ich bin der Tür schnell auf, gell? Und sie ist der coole Club. Und hier kommen nur die coole Leute rein. Ich brenne den coole Club nieder. Buh. Scheiße, geh rein. Das hat nicht geklappt, Julie. Komm rein. Julie, es brennt. Julie, du musst rein in den coole Club. Der coole Club ist da. Der coole Club nieder. Der coole Club ist nicht zuerst halt. Da ist der coole Club. Ich brenne den weg, den coolen Club. Ihr kommt hier. Oh, scheiße. Oh, kacke. Der Tür ist schnell. Komm. Die Tür ist offen, Leute. Der Club ist von Feuer. Was? Was ist denn? Hallo? Warum rennt hier einer mit Baseballschläger rum? Kapuze. Au, fuck! Wo kommt das Feuer her? Wieso brennt das überall hin? Wer hat jetzt Julie gekillt? Der coole Club ist... Ey, Leute, warts mal heilen. Maro und Items. Wir sind alle Nerds. Hast mal CT von. Du lebst immer noch. Ist das ein Kacke? Ja, er hat... Es ist CT! ... und Psychic haben hier vorbeigeschossen. Ja, ist egal, Maro. Wir meinen das... Seidens... Toll! Aber so weit vorbei... Kapuze! Kapuze, komm her! Kapuze, ich kann mich heilen! Ich kann mich heilen! Ich hab das noch Anheilung! Wo denn? Er ist ja gelaufen. Wahrscheinlich wegen des Laufens. Ja, das kann natürlich sein. Mach stehen! Wohin ist es denn? Was willst du denn heilen? Mit deinem Schläger? Oh Mann, nee, da will ich nicht stehen bleiben. Warte! Läuer Kapuze! Maxi, schnell, Payne! Komm, Payne, komm! Ich hab ne Idee! Maxi! Nein, warte, Maxi! Maxi, don't do it! Das war nur mein Link, Alter! Aua! Okay, schnell! Maxi, Maxi! Heil doch jetzt, Payne! Ja, heil ihn! Payne! Komm, komm, komm mit! Heil doch jetzt! Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich dich heile. Ich kann mich selber halten! Ach! Ach! Der ist es! Nee, du musst die Köpfe! Und wiederbeleben! Komm mit! Komm mit! Ich mach's einfach mal so, damit jeder was davon. Und hier, Payne, nimm den mit! Payne, nimm den mit! Payne, was? Oh! Ich hab jetzt... Leute, ich hab zwei Deefis! Au, und sterben da alle! Ich weiß es nicht! Nein, warte! Chill doch mal! Alter, warum ist hier überhaupt Feuer? Was? Stopp, 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 stopp! Das hab ich mich schon gefragt! Ich kann helfen! Ey, kommt im Feuer! Viel Spaß! Ich kann dir... Ich kann helfen! Ich kann jetzt echt helfen! Was ist denn der Chaos ist so scheiße! Nicht töten! Nicht töten! Ich bin für alle gut! Du bist für alle gut! Ich bin für alle gut! Und nicht! So, als allererstes war der einfach der... Nicht! Uiuiuiui! Warte! Erst mal Thomas vorbeischicken! Warte! Nicht töten! Nicht töten, bitte! Ich mach's ulti! Ich mach's ulti! Ich mach's ulti! Ich weiß nicht, wer das ist! Aber umso ultiiger ist es, wenn ich ihn wiederbelebe! Okay, ist nichts gerade! Hahaha! Hahahaha! Nimm ein Idiotchen! Ich hab keine Ahnung, wo's er war! Hey, jetzt hier! Oat, wo die wohnen! Was war... Warum... Also Kapuze wieder volles Leben! Ja! Aber warum... Also, was war Pain? Weiß ich nicht! Was war Pain? Ich weiß, das ist Maxi! Ey, lieber, lieber Kerl! Wir dürfen nicht reden! Ich durche nicht reden! Ne Necro war er nicht! Ah, die haben Double Revive gemacht! Hä? ich habe keine eine wurde wiederbelebt und der andere hat danach wiederbelebt kaputze war vorher der messer tut wir folgen nicht ich mache jetzt feuer hinter mir einfach mal kaputt machen weil ich die disco hinter mir und feuer und feuer und ich habe er wird gebomberangt er flog auf was ich die ganze Oh, Max! Nur 3 HP! Jetzt nicht mehr. Wollt ihr halt schon wieder ein D4 her? Pain, das war eine richtige Glitterum. Entschuldigung, ich hab's an euch gefallen, was du gleich schon beim Verweiser auf dem Kanal! Tschüss!